Manche glauben, dass das Leben hier da draußen begann, weit entfernt im Weltall, mit Stämmen menschlicher Wesen, die die Vorväter der Ägypter gewesen sein können, oder der Tolteken oder der Mayas, dass sie vielleicht die Architekten der großen Pyramiden waren, dass es die versunkenen Laminaria-Kulturen sind, oder Atlantis. Manche glauben, dass dort noch Brüder der Menschen leben, die sogar jetzt noch ums Überleben kämpfen, weit, weit weg, zwischen den Sternen. Untertitelung des ZDF, 2020